so gut noch man nicht vergisst das doch jedes mal dass ich da nicht einfach drüber springen kann so wir müssen mit seinem ich sprechen wir müssen mit mario sprechen und das bedeutet wir haben einiges zu tun super das war ein reichhaltiges frühstück apfel kirsch orange ohne kokosnuss ja das im boot schlafen ist nicht ganz so super für die koamen da kann sich nicht toll ausruhen so will ich erstmal mit mario sprechen die ist noch hat noch nicht offen dann gehe ich erstmal hoch zu saimi dieser bank hier ich weiß nicht mag den ich na gut lauf chor lauf lauf ganz schnell rein zur saimi in den leuchtturm heim ne komm lass mal gut sein perfekt so ein bisschen metall steine haben wir schon wieder mehr als genug naja wie geht's bei dir voran nicht besonders gut ehrlich gesagt duner ist keine einfache person deine großmutter war die einzige die mehr oder weniger in der lage war sie zu zähmen sie benimmt sich wie 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 du genau was kann ich dagegen tun geduld ist nicht immer das beste mittel bei quidus wie ihr duner mag wütend sein aber sie ist immer noch eine matrosin genau wie ich wenn es wenn es eins gibt um das wir uns sorgen machen dann ist es mara ich habe über funk gehört dass der große baum im osten krank ist das wasser das die ellis verschmutzt haben hat ihn anscheinend krank gemacht er ist ein gigantischer baum der mitten auf dem meer wächst wir müssen in die große wir nennen ihn den großen kwe und du könntest dorthin fahren und ein fisch fangen wenn es stimmt dass der baum krank ist werden die fische auch krank sein und du solltest dunert einen beweis dafür bringen naja das scheint wirklich weit weg zu sein ich glaube nicht dass es mit meinem dass ich es mit meinem boot dahin schaffe auf halbem lege wie auf halbem wege liegt ein tempel wenn dein boot von mala der quell angetrieben wird dann kannst du deinen tank dort wieder auffüllen und solltest es bis zum baum schaffen okay also zum tempel fahren meinen tank auffüllen das ist zum baum schaffen und einem fisch fischen verstanden na super das wird ja eine schöne reise hier sollten wir eigentlich hinkriegen reise zum quäber umfang ein fisch ok na super zwei neue gebiete wunderbar freue ich mich da freue ich mich wie ein kleiner spatz auf der hand ich freue mich immer wenn ich was neues entdecken kann ihren sommer und mara ich würde gerne wieder so eine froschmülltonne finden ich habe nämlich einiges im inventar und das ist nicht super das ist nicht gut guck mal hier neben der mülltonne bitteschön so jetzt möchte ich aber noch mit mario sprechen ach es ist unglaublich immer neben die mülltonne ne schäfchen so mayo ich mache mir sorgen wegen aban er arbeitet zu viel und er ist so oft krank ich glaube er könnte mehr von der suppe gebrauchen die du ihm gebracht hast nein ich denke er sollte mit tucker zusammenarbeiten wie kommst du denn da drauf er schlief zu wenig und ist andauernd gestresst wenn er mit tucker zusammenarbeiten würde könnte ein paar neue dinge lernen und sie müssten sich nicht mehr um guten streiten das wäre für beide das beste und ich wäre brams boss ich bin mir nicht sicher dass das so funktioniert braben könnte sie könnte sich für mich um die tische kümmern darum geht es jetzt nicht was sollen wir tun wir müssen sie zusammenbringen wenn bram du und ich zusammenarbeiten sollten wir schaffen sie zum vernunft zu bringen die ist immer am spachteln die alte na gut die mario die erinnert mich so ein bisschen an die an die yuki aus dayland bram heute muss ich dir meinen gefallen bitten worum geht es wir müssen uns mit mario treffen sie wartet hinter abans restaurant was brr wozu wir müssen taker und abern helfen ich glaube es ist besser wenn sie zusammenarbeiten anstatt sich zu bekämpfen aber taker sagt es ist egal was er sagt hast du dich nicht gefreut als ich dir geholfen habe sehr sogar dann stell dir vor was taker mit etwas hilfe alles machen könnte da hast du recht dann komm mit taker darf ich mitbekommen dass ich mich davon schleiche könntest du ihn ablenken okay taker wie geht's gut gut ich bin etwas beschäftigt das sehe ich ja brauchst du etwas nein nicht wirklich was machst du dann hier dich ablenken was später die ist ganz schön frech die chor ach herrlich na gut jetzt mache ich einfach mit der aufgabe weiter ähm gut wir sind alle hier was wenn man uns erwischt sei nicht so ein feigling wir müssen abern und taker dazu bringen zusammenzuarbeiten sie würden sich so gut miteinander verstehen und ich bin mir sicher dass abern dann etwas mehr ruhig findet und taker könnte ihm mehr über die kino küche beibringen ein echtes traumpaar das macht sinn es ist gleichzeitig aber auch vollkommen verrückt sag das nicht wir müssen ihnen nur beweisen dass sie sich gegenseitig wirklich helfen können wie wäre es wenn wir aber ein gericht von taker bringen und umgekehrt das funktioniert niemals keiner von beiden würden je etwas essen was der andere gekocht hat dann müssen wir sie eben austricksen ich weiß nicht so recht wir trickst sie doch nur aus um ihnen zu helfen genau ich weiß nicht so recht wir tricksen sie aus ähm koa koa danke dass du mir den gefallen getan hast ich habe zu viel zu tun ähm 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 spreche mit brahm mach weiter mit koa ok da muss ich mit brahm sprechen der gibt mir bestimmt was von taker koa koa ich habe fast alles vorbereitet was ich für meine menüvorschläge für taker brauche das ist großartig aber mir fehlen ein paar dinge ich brauche noch etwas mehl und einen tintenfisch ok ich kann das mehl an einen tintenfisch bringen bist du sicher kein problem glaube ich ähm ja ich glaube mehl ist kein problem aber tintenfisch wird schwierig weil ich echt nicht weiß wo es den tintenfisch gibt da muss ich einfach mal gucken ähm warte mal kann ich die nicht bei den marktfrauen kaufen ich glaube es zwar nicht aber ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich supi tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut so werte damen ich brauche etwas ich brauch etwas tintenfisch ich glaube du verkaufst die sachen des meeres modell ah der verkauft ok journaling äh die verkaufen ok post verkauft nur so krassen aha Okay, du verkaufst nur Sardinen. Ich gucke erst mal in die Geschäfte. Ansonsten muss ich gucken, wo ich einen Tinten für schenke. Ah, super. Schokolade und Milch. Das klingt nachher eine super Idee. Früher habe ich das ständig getrunken, aber in letzter Zeit... Oh, du bist zurück. Hast du alles dabei? Ja. Deine heiße Schokolade ist wirklich lecker. Du wirst sehen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mir noch ein paar andere Dinge kümmern. Mayo könnte das Rezept geben. Na gut, tut mir leid, ein andermal. Ich habe im Moment einfach zu viel zu tun. Na gut. Wunderbar. Jetzt will ich auch gleich mit Aber ansprechen. Ich kann diesen Tacker nicht ausstehen. Er bringt mich zu Weißglut. Stimmt etwas nicht? Er stiehlt mir all meine Kunden. Er ist raus. Kaum noch Gäste. Das tut mir leid. Ich brauche etwas Neues. Ich muss ein Gericht entwickeln, das es noch nie gegeben hat. Kannst du mir helfen? Filly hat mir von diesem Ort entzählt, in dem er Anglerfische fangen kann. Diese Fische gehören zu den leckersten überhaupt. Kannst du mir ein paar von ihnen bringen? Kein Problem. Ich fahre einfach mit meinem Boot dahin. Ah, okay. Okay. Boah. Da muss ich mir echt merken, wo der ganze Kram zu finden ist. Hier kriegst du noch ein Äpfelchen. Ein Hundi. Ja, du bist ein lieber Hundi. So, Schweinchen und Hühnchen. So, ähm... Erstmal zur Heimatinsel. So, neues Tier, neues Schweinchen. Wunderbar. Dann zum Tempel des Ostens. So, dann soll ich hier meinen Tank noch mal auffüllen. Supi. So, dann muss ich nach unten. Da bin ich mal gespannt. Ich will nach Süden. So, wo bin ich dann hier? Schlummerwald. Das klingt interessant. Ich will mal gucken, was wir hier so alles finden. Und vor allem, wen wir hier alles finden. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, sie lassen mich eines Tages wieder nach Hause zurück. Dieser Ort ist so schön. Da steckt voller Leben. Diese Insel hat Krotenspoten. Wir könnten sie sehr leicht umgraben. Davon werde ich nichts wissen. Ähm... Das gefällt mir nicht, dass die überall umgraben wollen. Warum sollen die das nicht einfach... Warum lassen die das nicht einfach so? Glas Augenbarsch. Wunderbar. Ich habe keine Köder mehr. Ah, das ist nicht so super. Was haben wir hier? Kein Feuer. Ah, es regnet. You have found the super secret red Pandu message. Ah, wir haben die super geheime Pandu message gefunden. Ähm... Don't tell anyone. Erzähl es niemandem. Alles klar. Alles klar. Behalten wir für uns. Wir kriegen relativ schnell Steine, ne? Also der 99er Stack ist sehr schnell voll. Es ist relativ still hier auf der Insel. Ist aber schön eigentlich. Aber ansonsten gab es hier jetzt nicht so viel zu entdecken. Na gut, vielleicht wird es noch relevant, diese Insel. Vielleicht wird sie noch relevant. So, und jetzt muss ich nach hierher nicht... Also theoretisch hier lang, aber ich möchte hier noch angeln. Ist das eine Flunder? Eigentlich kein Fisch, den ich wirklich brauche. Na gut. Okay. Das sieht ganz schön... Das ist der Quäbau. Wunderbar. So, hier haben wir noch ein Hühnchen. Wir haben viel zu viele Hühner eigentlich. Um ehrlich zu sein. Gehen wir mal tauchen. Ich glaube hier... Ah, ich glaube hier ist auch der Schatz, den wir für die Mapo... äh, Napo... äh, für die Mapopo... ähm... finden sollen. Gibt es hier noch einen Schatz? Ne, ne? Nein, okay. Dann zurück. Noch ein bisschen Luft holen. Wir wollen ja nicht, dass der Chor die Luft ausgeht. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Ring. Er ist sehr... Er ist etwas auf ihm eingraviert. Ich kann das aber nicht lesen. Es sieht aus wie Elite-Symbole. Ist das... Ist der für Aquila? Ist gut, ich bringe ihm den Ring. Wunderbar. Finde ich süß, wie sie den... ähm... so ein bisschen als... mit Hörnern und großen Zähnen malt. Aber eigentlich... sollen die ja nun nett sein. So, dann müssen wir nochmal hier... angeln. Ein Schäfchen? Wer ist das? Ah, Chor, magst du Musik? Natürlich. Ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Instrumente. Es wäre so toll, eine Band aus musikalischen Robben zusammenzustellen. Ich kann dir helfen. Ich habe hier eine Blaupause für eine Ponpon-Trommel. Das sieht etwas verwirrend aus. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe keine Eile. Okay. Alles klar. Warte mal, hast du noch irgendwelche Sachen zum Handeln? So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, von denen kaufe ich mal ein paar. So, die will davon welche haben. So, da kann ich noch ein paar loswerden. Ja, ich denke mal, die Hälfte ist in Ordnung. Das ist super. So, jetzt muss ich auf jeden Fall fischen. Was ist denn das für ein komischer Fisch? Mutierter Fisch. Okay, puh, das ist schlimmer als ich dachte. Die Edits sind eine echte Gefahr für Mara. Willst du zurück nach Hause? War der große Baum dein Zuhause? Oh, jetzt verstehe ich, warum du die Elle zu hast. Es muss schrecklich gewesen sein. Aber nach Popo, du musst viel gelitten haben. Wir müssen sie besiegen. Ich muss tun ja überzeugen. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Okay, ähm, trotz alledem brauche ich noch hier oben im Norden eine mutierte Blume, hat ja der Onzo gesagt. Ich hoffe, das ist die mutierte Blume. Dann kann ich nämlich einige Quests auf einmal schlagen. Ähm, das wäre super. Das wäre echt so super, wenn ich das endlich mal... Verlassene Station. Das passiert, wenn du dich mit einer Apropos Familie anlegst. Was? Wie sieht das denn aus? Krass. Krass. Kann ich auch irgendwie rein oder drauf? Ja, die gefallen mir wirklich nicht so, muss ich gestehen. So kann ich hier tauchen. Alte Stiefel, ehrlich. Ah, der berüchtigte alte Stiefel. Ähm, was war das? Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Na gut. Dann wollen wir mal wieder nach oben. Wunderbar. So, ähm, jo. Quäbaum, Schlummerwald. Ich will hier nochmal gucken, ob es da irgendwie eine Blume gibt. Ähm, weil der Onzo ja gesagt hatte, bringe Dona den kranken Fisch. Mache weiter mit Koa. Bringe, äh, A waren drei Anglerfische. Ähm, Tintenfisch und Mehl. Das, ja, das ist schwierig. Ich bringe den Ring zu Aquila. Mache weiter mit A. Kaleb. Mutierte Blume. Besuche die uralte Insel, auf der Kurzem Elit sie ihr Unwesen getrieben haben. Ähm, das ist natürlich jetzt die Frage. Sind wir soweit schon? Das ist nicht der Fisch, den ich brauche. Na gut, dann will ich mal zur Dona. Da war noch ein, da war noch ein Zielort markiert. Ah, ich glaube, weißt du was, ich schlafe jetzt einfach mal hier. Er hat ja gesagt, dass sie das sehr toll findet. Wie eine kleine Raupe. Schön. Supi, freue ich mich. Ich, weiß nicht, der Spiegel hat immer, hat immer was Besonderes. Kind, dies ist das zweite Mal, dass du zurückgekommen bist, nachdem ich es dir untersagt habe. Dona, hör mir zu, Mara ist in Gefahr. Sie tun Mara weh. Es ist deine Pflicht zu helfen. Schau, dieser Fisch. Die Edith sind schuld, dass er so krank ist. Das ist es, was sie dem Ozean antun. Bitte, Dona. Ich bringe Unglück. Die Winde Maras sind mir nicht wohlgesonnen. Ich weiß nicht, warum du das sagst. Als deine Großmutter die Marine verließ, änderte sich alles. Ich blieb, ich war sehr engagiert. Ich wollte weiter jedem helfen. Ich habe einen Fehler gemacht und es kam zu einem Unfall. Ein Fehler führte dazu, dass ein ganzes Schiff explodierte. Oh, das tut mir leid, aber man darf niemals vor seinen Fehlern davonlaufen. Man muss sie akzeptieren und weitermachen. Das hat Jaya Haku mir beigebracht. Was bringt es dir, dich hier zu verstecken? Ohne Kontakt zu anderen Leuten. Was hast du zu verlieren? Nichts. Du hast ganz Mara zu verlieren. Wir werden alle verlieren, wenn wir uns nicht einmischen. Äh... Kind, du bist wirklich unmöglich zu ertragen. Du bist eine sture Matrosin. Ich werde dir helfen. Ich bin Schiffsingenieur. Mit meiner Hilfe wirst du mit deinem Boot länger segeln können als jedes andere Boot. Ich werde dein Boot so umbauen, dass es die Energie des Maler effizienter nutzt. Du wirst so schnell sein wie die Winde Maras. Dann bin ich endlich eine echte Matrosin. Weißt du was, Kor? Ich habe etwas vergessen. Was denn? Immer, wenn ich mich nicht mehr frustriert und wütend war, kam deine Großmutter zu meiner Kajüte und klopfte so lange an meine Tür, bis ich sie öffnete. Dann schaute sie mir in die Augen und lächelte. Das tat sie jedes Mal, wenn sie wusste, dass ich kurz davor war, aufzugeben. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht hatte. Haku wurde nie wütend mit mir. Sie hat mich jedes Mal wieder überzeugt, es noch einmal zu versuchen. Es ist zu lange her, dass jemand an meine Tür geklopft hat, dass ich das alles komplett vergessen hatte. Hier nehme ich eine Blaupause mit nach Quillis, damit sie dort dein Boot aufbessert. Ich kümmer mich drum. Wunderbar. Und wir haben eine neue... Oh, super. Wir haben eine neue Kleidung. Was ist das? Ist das das Matrosenkleidchen? Super. Gefällt mir. So. Und den Turnbeutel. Oh, super. Das Blau steht der Chor auch. Wunderbar. Perfekt. Gut. Brot wird ein bisschen besser. Wunderschön. Mh. Ich will noch eine Fajita essen. Dann ist die Co auch wieder voller Energie. So. Jetzt werde ich erst mal nach Quillis. Kaleb. Hey, Coa, hast du mal wieder Arbeit für mich? Ja, ich will, dass mein Boot weiter aufbessert. Mal sehen. Ja gut, Entwurf. Ich brauche etwas Zeit, um Detail zu studieren. Und ich benötige Materialien. Kein Problem. Ich rede in der Taschenheit mit Noho. Geh mit meinen Namen rufen. Weißt du etwas über die Elits? Na, das hochnäsige Volk mit den lilafarbenen Nasen? Einer von ihnen ist hier ein paar Jahren vorbeigekommen. Er ist ziemlich großer, starker Typ mit langen Haaren. Er hat einen wirklich schicken Mantel. Ja, ich erinnere mich genau. Einen prachtvollen Mantel. Er hatte ein jüngeres Mädchen bei sich. Sie fingen an Fragen zu stellen über die Quellen das Meer und solche Dinge. Die beiden waren wirklich merkwürdig, aber sehr höflich. Ich bin sicher, dass Edigan noch mehr über sie weiß. Dieser Mann ist immer dabei, etwas auszuhacken. Verstehe. Ich werde ihn fragen, während ich warte. Ich habe eine Idee. Bring ihm ein Orangen-Eis. Ein Eis macht jeden freundlich. Okay. Habe ich das Eis schon? Ja, bringe Edigan. Okay, okay, okay. Sprich mit Blue für den nächsten Auftrag. Okay, dann machen wir es so. Ich werde jetzt erst mal ich weiß nicht, wann Edigan aufmacht. Der macht ja auch wieder um 15 Uhr zu, glaube ich. Der hat, der hat Arbeitszeiten. Das ist unglaublich. So. Hallo, Edigan. Möchtest du ein Eis am Stiel? Ich mag kein Eis. Danke. Ich mag überhaupt keine Süßigkeiten. Was willst du? Weißt du etwas über die Ellets? Du bist unhöflich. Wenn du eine Information von jemandem herst, musst du ihm ein Geschenk mitbringen. Aber ich habe dir doch ein Eis mitgebracht. Ein richtiges Geschenk. Und wehe, du bekleckerst damit den Boden. Herr Edigan, kannst du mir bitte sagen, was du über die Ellets weißt? Bitte und danke. Oh, sie sind sehr, sehr ernsthafte Leute. Sehr respektvoll. Wir wirken auf dieser Insel und überall in Mara ist zweifelsohne als durchweg positiv anzusehen. Wir müssen unsere Kapitalanlagen differenzieren. Und es gibt niemanden, der dabei besser helfen kann als sie. Sie sind wirklich gute Geschäftsleute. Insgesamt gibt es auf dieser Insel nur vier Häuser und alle sind im schlechten Zustand. Ich sage, wir sollten sie einladen, herzukommen und alles zu renovieren. Das würde mehr Touristen anlocken und dadurch auch mehr Geld. Okay, sehr gut. Ich danke dir sehr. Na gut. Bring Kaleb die Materialien, die er benötigt, um ein Boot aufzubessern. Ähm. Okay. Wo finde ich denn den ultimativen Tank? Also Ruder, klar, natürlich, verstehe ich. Ähm, die kann ich, glaube ich, bei der Akaji bauen. Aber wo finde ich den ultimativen Tank? Ähm. Ähm. Koa, du bist schon sehr erwachsen geworden. Mara hält wirklich viel von dir. Ach, hör doch auf. Mara ist viel zu beschäftigt, dass es mir zuirren würde. Etwas fehlt dir jedoch noch, ohne dass es dir nicht gelingen wird, in perfekter Harmonie mit allen Kreaturen zu sein. Nimm diese Bienenkönigin. Bring sie zu deiner Insel. Bau einen Bienenstock für sie, kümmere dich um sie und schau zu, wie sie heranwächst. Wenn du das tust, lebt bald ein ganzer Bienenschwann auf deiner Insel. Ist das nicht gefährlich? Keine Kreatur ist gefährlich, wenn sie in Harmonie mit Mara ist. Super. Wunderbar. Ich habe auch den ultimativen Tank. Das ist perfekt. Ähm. Jetzt geht es zu Akaji. Zwei Ruder bauen. Das sollte eigentlich klappen. Ich habe mehr als genug Holz und genug, ähm, ja, es ist einiges zu tun. Ich mache den Paar doch wieder ein bisschen länger. Warum eigentlich nicht? So, jetzt muss ich noch zu Akila gehen. Akila, erinnerst du dich noch an meine Freundin Apopo? Natürlich, wie könnte ich sie vergessen? Sie möchte dir das hier geben. Als Gegenleistung für die Perle. Hm, wirklich interessant. Es ist ein Elytrin mit der Inschrift Fortschritt und Macht. Er muss einem Adelten gehört haben, vielleicht einem Baron. Er ist für die Erkundung neuer Planeten zuständig. Deine Freundin Apopo hat wirklich Sinn für Humor. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, sie versucht mich zu warnen oder mich auszuschimpfen. Sag ihr, dass ich mich anständig benehmen werde. Ich verstehe, was sie mir sagen will. Boah, das klingt nach einer ernsten Angelegenheit. Na gut, Napopo. Ich will aber vorher nochmal zu Akaji. Ich glaube, das war nicht... Ich glaube, die Napopo mag den Akila wirklich nicht. Klar kann ich das verstehen, dass sie ein bisschen ärgerlich auf die Dingsbums ist. Aber... Der Akila macht mir jetzt nicht so den Eindruck, dass er böse wäre. Wunderbar. Die zwei Ruder habe ich. Das bedeutet... Bringt Caleb die Materialien? Okay. Bringt aber einen Bienenstock auf der Insel. Bringt Bram etwas Mehl und einen Tintenfisch. Machen wir weiter mit Koa, weiter mit Koa. Sprich mit Napopo über Akilas Reaktion. Machen wir weiter mit Caleb. Ähm, ja. Na gut, da bleibt mir jetzt nicht so viel übrig. Aber finde ich gut, dass wir Stück für Stück weiterkommen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wir haben auch ein neues... Wir haben auch ein neues Outfit bekommen. Ähm... Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist cool. Das Blumenhemdchen. Super. Das ist schick. So, Napopo. Wollen wir mal mit dir quatschen? Und dann gehe ich zu Caleb und bringe dem alles. Napopo, was genau habe ich... Äh, was genau habe ich Akila gegeben? Du willst es mir nicht verraten, oder? Okay, auch gut. Du kannst gemeiner sein, als ich dachte. Hey, Napopo, möchtest du gerne etwas malen? Das dachte ich mir. Du wirst wirklich gut im Zeichnen. Du wirst ganz bestimmt eine großartige Künstlerin werden. Ich werde eine große Leinwand für dich anfertigen und dir etwas Farbe besorgen. Deine unglaubliche Karriere als Künstlerin beginnt hier und jetzt. Ähm... What? Wo soll ich denn die herkriegen? Wo soll ich denn das herkriegen? Ja... Na gut, ist egal. Ich bringe jetzt erstmal... Ich breche jetzt erstmal... Spreche jetzt erstmal mit Caleb. So, Materialien... Koa, Koa... Drei Anglerfische... Bienenstock... Ähm... Mehl- und Tintenfisch... Pailer... Koa, Koa, Koa... Ähm... Bringen Napopo der großartigen Künstlerin eine Leinwand... Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege. Ich könnte mal Aquila fragen, ob er sowas besitzt. Das wäre natürlich... Leichte Ironie, wenn Aquila das besitzt, was die Napopo gerne haben möchte. Na gut. Na, die pinke Rose passt. Ist okay. Ist jetzt auch nicht so extrem. Aber dieses Knatsch-Pink... Sticht schon ins Auge. Bitte störe mich nicht. Handeln. Ähm... Du hast nichts. Okay. Also er hat nicht... Ich weiß auch nicht, wo ich das herkriegen soll. Sage ich ganz ehrlich. Ähm... Na gut. Ich hätte ja gedacht, dass er das irgendwie besitzt oder so. Okay. Na, gehe ich zu Caleb. Lassen wir mein Boot verbessern. Dann gehe ich auf die Insel, baue einen Bienenstock. Und dann sind wir auch... Ich denke mal, das ist eigentlich ganz gut. Ach ja, die Koa, die ist ganz schön stark am Rennen. Aber ein Äpfelchen für den Hundi habe ich trotzdem noch. Ja, du kriegst auch ein Äpfelchen. Ja, natürlich. So, das waren aber meine Äpfel. Das bedeutet, muss ja sowieso auf die Heimatinsel. Ähm... Bin zurück. Ah, wie lief es mit dem Bankier? So lala. Ich habe es dir doch gesagt. Wie geht es mit dem Boot voran? Hast du die Materialien dabei? Hier bitte sehr. Einen Moment. Das gehört ohne... Das gehört hier hin. Das muss toll installiert werden. Das war es. Großartig. Gut. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Wiedersehen. Herrlich. Okay. Jawohl. Da ist es ein Schiff. Supi. Jetzt können wir überall hinreisen. Wie cool ist das denn? So, erstmal zur Heimatinsel. Ja, passt. So, ähm... Was hat er gesagt? Ne, Dingsbums. Werkzeugschrank. Nein, ich brauche einen Dingsbums. Ich brauche einen... Bienenstock. Dafür brauche ich einen Nägel. Ähm... Wisst ihr was? Wir machen folgendes. Ähm... Ich bände jetzt den Part. Da besauge ich mir erstmal wieder ganz viele Materialien. Farm ein bisschen ab. Und im nächsten Part geht es dann mit den Aufgaben weiter. Bis dahin. Ich werde vielleicht zwischendurch doch nochmal den Bienenstock bauen. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ich muss da ganz viel... hin und her grinden. Also dementsprechend haut rein, Leute. Macht's gut. Man sieht sich. Tschüssi. Euer Grafi. Bye, bye. Ich super-paste. Ich4-paste. Não es geht? Ich bin mindiert. Ich bin lustig. relationship-dallo? Untertitelung des ZDF, 2020